Hallo und herzlich willkommen bei WetterCampbell. Ich bin heute wieder nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel States of Survivors. Zombie Ball. Viel Spaß! Okay, dann fangen wir mal an hier. Erstmal die Zombies Platz machen. Fertig. Als Zombies besiegt. War noch nicht ganz aufgebaut und schon alle Zombies besiegt. Auch gut. Ja, dann werde ich erstmal Truppen alle abholen. Dann neue Truppen trainieren. Bei denen das gleiche. Und bei denen auch das gleiche. Einmal kurz einsammeln. Hier auch die Kisten einsammeln. Tägliche Anmeldung. Beim Aufmachen. Gewehre in Allianz. Keine da. Keine da. Okay. Ressourcen sammeln, was aber noch schönes hier ist. Eine Forschung. Eine Minute nur. Das müsst ihr ja gleich fertig haben. Mit den Helden stimmt was nicht. Mit dem. Ich will nur ein anderer. Ne. Der ist es. Fünf Level gemacht. Viel schneller. Was haben wir noch hier? Ja. Forschung schon wieder. Drei Minuten. Mission. Das geht nicht. Täglich spenden. Fünf. Allianz spenden. Das können wir machen. Fünf. 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 Mission. Einfordern. 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 Spenden. 40 geht nicht. Ich schließe eine heroische Herausforderung ab. Gut. Das ist alles hier bei den Helikoptern. Dann geht es jetzt los. Was ist das? Elite. Schauen wir mal. Ob wir es schaffen. Ne. Schaffe ich nicht. Dann nehmen wir den hier. Das schaffen wir. Marschieren. Auf dem Weg dahin. Los geht's. Hüten. offensvari Legends. Okay, und spüren. Ein Griff, Automatik einschalten und zuschauen. Mal drei war das. Okay, und spüren. Okay, jetzt kann ich den mit dem Tiger auch mitnehmen. Dann habe ich einen Hund und einen Tiger. Ja, probiere ich gleich mal aus. Super, geschafft. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na, tiga, kommst du hier so vor? Nee, der tige macht noch nichts. Na gut. Na, tiga, kommst du hier so vor? Labor ist untätig, das kann nicht sein. Na, tiga. Na, tiga, kommst du hier so vor? Na, tiga, kommst du hier so vor? Na, tiga, 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 tiga. Ich kann das Spiel. Na, tiga, 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 tiga. Oh, einer ist durchgekommen. Und der tiga macht immer noch nichts. Oder ist das so schnell, dass man das nicht sieht, was er macht? Hm. Na egal. Ich würde jetzt gleich mal andere Leute nehmen. Und der tiga, tiga, tiga. Da ist noch einmal ein Pick-up. So, dann schauen wir mal. Wir nehmen hier mal die Frau. Ich probiere mal nur mit Frauen zu kämpfen. Äh. Na, warte, eh, mal. Ist bisschen schwächer. Okay, es geht nicht nur mit Frauen. Hier kann ich nur die einen nehmen. Hier habe ich zwar mehr zur Auswahl. Vier Stück insgesamt. Na, nehmen wir die. Na, nehmen wir die. Wie ist diese Fragen? Waren sie aktiviert. Zählen sie. Ach, beten sie. Wir nehmen sie. Canst du sie? Wir nehmen sie. Wir nehmen sie. Wir nehmen sie. Gewissen sie. Warum steht denn der Mann jetzt da vorne? Naja Ach, der wurde rangezogen Well, okay Was haben wir hier noch? Nehmen wir die Story Geht nicht, noch nicht, aber gleich Dann kann ich erstmal die Pickup machen hier Hat aber auch schon mehr nichts zu tun Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm Yeah Here boy He's a good zombie killer And why should I And why should I believe you So Da wollte man jetzt noch hin Das wollte ich noch mal machen Ah, die anderen sind schon wieder zu Hause Das dauert doch dann alles so lange Und dann noch ein bisschen Oh, na gut, dann war es das für heute. Dann sage ich mal Dankeschön für Zuschauen, ich habe mein Ticket noch ab und bis zum nächsten Mal. See you do 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 Yippee ticket See you